Also, wie gesagt, Resümee des Abends. Angie ist besoffen? Nein! Nein! Überhaupt nicht. Ich bin leicht angeha... lustig bin ich lustig. Ja genau, Angie ist lustig. Aber man sieht uns gar nicht. Ja, warte da. Hallo! Ja, wie weit ist denn der Winkel eigentlich? Ich habe keine Ahnung, aber es ist dunkel. Es ist dunkel, ja. Ja, du kannst das Licht erst mal noch anlassen. Also, René muss uns erst mal finden. Ja, bis dahin, wem wäre scheiße aus und so, weil Auto und so. Nein! Es hat riesig viel Spaß gemacht. Es war cool. Hauptsache, Spaß und bla. Ich bin total... Zweiter Preis, scheißegal. Nein! Ich bin total... Ich bin total... Also, wir fahren... ... schon leicht an. Lustig ist sie eigentlich. Angie ist leicht. Ich kann nichts dafür, ja. Die Leute haben mich dazu genötigt. Ja, es gab Alkohol umsonst. Und die kannten mich sogar. Stellt euch vor. Ja. So. Ja. Nicht die. Ähm... Die kann nicht... Also, nicht ähm... Nicht, ähm... Kurven und so. Nein, Siri kann uns damit... Okay. Ich weiß gar nicht, wie gut ist denn der Ton eigentlich. Hallo. Bei der, äh... Ohne Hülle und so. Das ist ganz gut. Du hörst uns. Okay. Ich glaube, ich habe mich auch einen Ton tief an. Weil ich... Keine Ahnung. Nein, Liste. Ich kann noch gar nichts sehen. Und... Gar nichts. Optimistisch bleiben, ne? Nein, nicht. Guck. Ich kann auch nicht. Ich kann's auch nicht. Ich kann ja nicht mehr device. Oh, ja. Das war's für dich. Nein, ich kann meine Ahnung. Es ist das, wirklich. Wirklich.